Das ist mein Ex-Wei, dass du hier im Hospital bist. Das sind die Frauen und die Oeufs. Wir wollen nicht sterben im Hohpital. Frau und Eischwung, wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Es geht um das Thema Patientenverfügung. Ich habe hier ein Buch der Verbraucherzentrale. Und wir sind beim Thema, hier gibt es Rat und Hilfe. Das ist die Seite 14 unten und es geht auf der Seite 15 weiter. Hier gibt es Rat und Hilfe. Mit einer Patientenverfügung legen Sie Wünsche für eine Situation fest, die Sie aus eigener Erfahrung wahrscheinlich nicht kennen. Wer hat schon eine Vorstellung davon, wie jemand mit einer fortgeschrittenen Altersdemenz seine eigene Situation wahrnimmt? Umstände, die in gesunden Tagen unerträglich erscheinen, können ganz anders wahrgenommen werden, wenn man selbst betroffen ist. So berichten zum Beispiel Menschen, die aus dem Wachkummer erwacht sind, wie sie um ihr Leben kämpften. Zu gut Deutsch. Wenn man auf einmal selber aus dem Wachkummer erwacht, will man dann auch weiterleben, selbst wenn man früher gedacht hat, der ist so krank, der wird nie wieder gesund, der stirbt vielleicht besser. Das sind so Gedanken, die sollte man sich wirklich ernsthaft stellen. Ich will da nichts weiter zu sagen. Sie können nicht in die Zukunft blicken, Sie werden nicht wissen, wie Sie in einer solchen Situation reagieren und was Sie sich dann wünschen. Sie können nicht in die Zukunft blicken, Sie werden nicht wissen, wie Sie in einer solchen Situation reagieren und was Sie sich dann wünschen. Sie können es nur vermuten, indem Sie sich dem Thema annähern. Dabei helfen die Fragen auf den Seiten F3 bis F8 im hinteren Teil des Buches. Seite F3 bis F8. Da weiß ich auch immer gerne wieder darauf hin, Fragen zu Ihren persönlichen Vorstellungen. Ja, werde ich wahrscheinlich, wenn ich den vorderen Teil zum Thema Patientenverfügung durchgearbeitet habe, mal vorlesen. Ich werde allerdings hier nichts über meine persönlichen Vorstellungen sagen. Ich finde, das ist ein sehr privates Thema und man sollte sich überlegen, wie man sowas mitteilt. Bevor Sie in einer Patientenverfügung bestimmten Behandlungsmöglichkeiten zustimmen und andere ablehnen, lassen Sie sich am besten von einem Arzt oder einer Ärztin Ihres Vertrauens beraten. Fragen Sie nach, was die Beendigung lebensverlängernder Maßnahmen oder die Gare bewusstseins trübender Medikamente konkret bedeutet. So können Sie die Konsequenzen Ihrer Entscheidung eher überblicken. Bei der Gabe bewusstseins trübender Medikamente, es gibt drei Behandlungsgrundsätze, denen ein Arzt folgt. Die sind unterschiedlich wichtig. Der erste Behandlungsgrundsatz ist, eine Behandlung sollte selbstbestimmt erfolgen. Der Patient sollte wissen, worauf er sich einlässt und selber eine selbstbestimmte Entscheidung treffen. Dazu muss man den Patienten ausreichend informieren und er muss bei klarem Verstand sein. Das heißt, er muss das verstehen, was man ihm gesagt hat und er muss in der Lage sein, logisch zu schließen und die Konsequenzen für sich selber zu verstehen, was die Behandlung angeht. Dann schmerzarm. Das ist aber erst der zweite Grundsatz. Wenn man selbstbestimmt entschieden hat und man hat starke Schmerzen, dann kann es sein, dass man diese bewusstseins trübenden Medikamente haben möchte, weil man die Schmerzen nicht mehr aushält. Das kann zum Beispiel bei Krebsbehandlungen sein, das kann sein nach einem schweren Trauma, nach einem Unfall zum Beispiel an der unteren Wirbelsäule. Man hat dann unter Umständen Schmerzen in den Beinen, obwohl die Wirbelsäule verletzt ist und man hält das nicht länger aus. Die Wirbelsäule wächst auch wieder zusammen und wenn man das gekonnt operiert, kann das auch sein, dass man wieder vollständig geheilt ist. Aber für die Zeit, in der das passiert, kann es sein, dass es Zeiten gibt, in denen man stärke Schmerzen unternehmen möchte. Das kann man nicht durchgängig tun, aber für kurze Zeit ist es dann mal möglich. Und man kommt dann auch zur Ruhe und kann entsprechend tief schlafen, was einer Gesundung sicherlich zuträglich ist. Da werden hoffentlich die Fachleute zustimmen. Sowas kann man sich alles überlegen und solche Gedanken sollte man sich machen. Jetzt sind wir beim Tipp angekommen auf der Seite 15. Tipp! Sie können Ihren Hausarzt oder einen Facharzt, bei dem Sie in Behandlung sind, um ein Gespräch bitten. Eine Alternative ist ein Gespräch mit einem Facharzt für Palliativmedizin. Solche Ärzte sind darauf spezialisiert, Menschen an ihrem Lebensende zu begleiten. Ärzte für Palliativmedizin findet man nur in Krankenhäusern mit palliativmedizinischer Station und in palliativen Heimen. Ich kenne keinen Hintergelassenen. Die gibt es vielleicht auch. Die beschäftigen sich vor allem mit so Themen wie Pflege am Ende des Lebens, was tut den Leuten gut, Schmerzen sind immer ein großes Thema. Schmerz, Schlaflosigkeit. Viele Menschen haben Süchte, die dann aufbrechen. Wer die volle Krönung haben will, geht dahin. Es ist sicherlich sinnvoll, mit jemandem, der die medizinische Perspektive im Blick hat, zu sprechen. Und das sollte jemand sein, dem man vertraut und dem man zwar kennt, aber auch nicht so nahe steht. So. Möglicherweise müssen Sie dieses Beratungsgespräch privat bezahlen. Manche Krankenkassen übernehmen die Kosten, fragen Sie vorher nach. Möglicherweise müssen Sie dieses Beratungsgespräch privat bezahlen. Manche Krankenkassen übernehmen die Kosten, fragen Sie vorher nach. Auch wenn Sie selbst zahlen müssen, sollten Sie auf das Gespräch mit dem Arzt nicht verzichten. Denn er weiß schon, welche Komplikationen zum Beispiel bei einem Schlaganfall auftreten können, mit welchen bleibenden Schäden bei unterschiedlichsten Erkrankungen zu rechnen ist. Welche Chancen vergeben werden, wenn ohne zu differenzieren eine künstliche Ernährung pauschal abgelehnt wird. Und was der Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen für das eigene Empfinden bedeutet. Ist da jetzt einfach mal spontan, was das alles heißt, wissen die wenigsten Ärzte. Mehr möchte ich dazu auch erstmal nicht sagen. Ich wiederhole es nochmal. Auch wenn Sie selbst zahlen müssen, sollten Sie auf das Gespräch mit dem Arzt nicht verzichten. Denn wer weiß schon, welche Komplikationen zum Beispiel bei einem Schlaganfall auftreten können, mit welchen bleibenden Schäden bei unterschiedlichsten Erkrankungsrechnungen ist, welche Chancen vergeben werden, wenn ohne zu differenzieren eine künstliche Ernährung pauschal abgelehnt wird. Was der Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen für das eigene Empfinden bedeutet. Ein Arzt kann Ihnen zumindest eine Vorstellung davon geben. Hilfe bei Ihren Überlegungen können auch Seelsorge bieten. Ähm, ja. Die Selbstbestimmung bei der medizinischen Versorgung ist ein wichtiges Thema für viele Verbände und Selbsthilfevereine. Vor allem Organisationen, die sich mit schweren Krankheiten wie Krebs oder dem Umgang mit Sterben und Tod beschäftigen, stellen Informationsmaterialien bereit. Eine individuelle Beratung bieten jedoch nur wenige von Ihnen. Eine Ausnahme bilden Hospizvereine und Hospizeinrichtungen. Zumindest einige beraten zu Patientenverfügungen. Telefonische Auskünfte bekommen Sie außerdem beim Zentralarchiv des Deutschen Rohnkreuzes und bei der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Hier stehen auch Telefonnummern. Bei rechtlichen Fragen helfen spezialisierte Anwälte etwa für Familienrecht oder Medizinrecht weiter. Auch Notare können zur Betreuungsverfügung beraten. Da es bei Notaren keine Spezialisierung auf bestimmte Themengebiete gibt, sollten Sie bei der ersten Kontaktaufnahme nach den Tätigkeitsschwerpunkten fragen. Sie könnten Ihre Verfügung notariell beglaubigen oder beurkunden lassen. Eine solche Beurkundung, die eine Beratung beinhaltet, ist vor allem dann sinnvoll, wenn Dritte anzweifeln könnten, dass Sie beim Aufbesetzen der Verfügung noch im Vollbesitz Ihrer geistigen Kräfte waren. Für die Leistung des Notars fallen gesetzlich geregelt Gebühren an. Fragen Sie vorher nach den Kosten. So. Also, bei rechtlichen Fragen helfen spezialisierte Anwälte. Hier sind zwei Spezialisierungen genannt, Familienrecht und beim Medizinrecht. Notare beraten dazu. Notare spezialisieren sich nicht. Es gibt Leute, die ein Notariat haben, also Notarinnen, die haben anscheinend einen entsprechenden Tätigkeitsschwerpunkt. Danach kann man sich erkundigen. Es gibt hier in der Gegend die Rheinische Notarkammer. Da sollte man dann vielleicht anrufen und nach einem Notar mit einem solchen Tätigkeitsschwerpunkt fragen. So. Wenn man zum Natar geht, ist das nicht so eine 100-Tüte wie beim Anwalt, sondern Gebührensatz ist gesetzlich geregelt. Ich gehe davon aus, dass man da billiger und besser dran kommt. Ich würde wahrscheinlich die Notar bevorzugen. Gute Ansprechpartner sind außerdem die Betreuungsvereine. Diese ehrenamtlichen Vereine arbeiten oft unter dem Dach der großen Grundfahrtsverbände. Sie sollen in erster Linie ehrenamtliche Betreuer werben und sie bei ihrer Arbeit unterstützen. Außerdem beraten sie zum Thema Betreuungsverfügung. Da sich aber immer mehr Menschen mit Patientenverfügung auseinandersetzen, helfen viele Beratungsvereine auch bei diesem Thema und stellen Informationsmaterial zur Verfügung. Die Arbeit der Beratungsvereine wird staatlich gefördert. Die Beratung ist in der Regel kostenfrei. Der Rest finden Sie im Telefonbuch. Also, im Telefonbuch nach Betreuungsvereinen gucken. Die bieten oft Informationsmaterialien und eine kostenfreie Beratung. Sie werden staatlich gefördert. Ich hoffe, wenn sie staatlich gefördert werden, werden sie auch staatlich kontrolliert. So, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal.